Hallo ihr Süßen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute gibt es mal wieder ein Make-Up-Tutorial von mir. Ich hatte Lust ein bisschen auf Schminken und habe gedacht, ich mache euch mal einen schönen Herbst-Look. Und ich denke, es ist immer so die Frage, man, wie schminke ich meine Augen, wenn ich knallige Lippen trage. Und es ist natürlich nicht besonders schwierig, aber trotzdem wollte ich es euch mal zeigen, wie ich das so mache. Und ich hoffe, es gefällt euch. Viel Spaß beim Zuschauen. So, dann fangen wir mal an, das Make-Up zu schminken. Ich hoffe, es geht von der Beleuchtung. Ich habe extra eine helle Lampe zusätzlich mit dazu gestellt. Und wir fangen wieder an und geben Eye-Base auf das Auge. Wie immer die von Kiko. So, und dann nehme ich diesen Pinsel hier. Das ist so ein abgeflachter ein bisschen, wie ihr sehen könnt. Ich schminke das gesamte Augen-Make-Up mit der Palette von Sigma. Das ist die Bär-Palette. Und die Farben dazu sehen so aus. Also sehr natürliche Farben und ihr habt eine sehr, sehr breite Farbauswahl. Und ja, damit werde ich das Augen-Make-Up heute machen. Und wir fangen an. Farbe Elopé aus der Palette. Das ist ein matter, hautfarbener Ton. Und gebe den so fast aufs ganze Auge. Aber ich spare die letzte Partie so ein bisschen aus. Und auch in den Augenwinkeln mit ein. Danach nehme ich diesen etwas angeschrägteren Pinsel. Die Farbe Hitch, das ist dieser Ton hier. Und gebe das in den äußeren Drittel. Und auch noch ein bisschen so in die Lidfalte mit. Als nächstes nehmt ihr euch einen Verblendungspinsel. Und ohne Lidschatten aufzutragen, verblendet ihr das Ganze. Für einen sehr weichen Übergang. Und auch in die Mitte hin verblenden. Dass es fast aussieht, als hättet ihr eigentlich gar keinen Lidschatten drauf. So wollt ihr ein bisschen die Optik machen. Weil wenn man knallige Lippen trägt, sollte das Augen-Make-Up nicht noch zusätzlich dann zu knallig sein. Danach nehmt ihr aus der Palette, das ist mein absoluter Lieblings-Highlighter von, auch von Sigma Des Approach. Das ist diese Farbe hier, so ein Elfenbein, der schimmert auch leicht. Und gebe das direkt unter die Augenbraue. Danach nehme ich von MAC meinen Kajalstift in der Farbe Ebony. Und gebe ihn auf die Wasserlinie. Im Anschluss nehme ich noch diesen Pinsel von MAC und verblende das Ganze mit Lidschatten. Das ist so ein Grauton, weil schwarz ist mir ein bisschen zu hart. Und gebe das dann noch mit drunter und verblende so ein bisschen den Kajalstift. So, und dann gehe ich nochmal mit einem feinen Pinsel und gebe etwas Goldschimmer noch drunter. Und die Farbe nennt sich Command. Danach kommen wir zum Eyeliner. Ich nehme den Oriental Eyeliner von Kiko, der sieht so aus. Und ich muss sagen, das ist der beste Gel Eyeliner, den ich bis jetzt hatte. Also, den kann ich euch wirklich empfehlen. Und der hat eine ganz tolle Konsistenz. Ist sehr, sehr cremig. Und verteilt sich ganz toll auf dem Auge. Also es ist wirklich einfach mit dem zu arbeiten. Und dann nutze ich diesen Pinsel. So, in etwa. Dann fehlt uns natürlich noch Wimperntusche. Und heute habe ich mal die Wimpern getuscht mit Max Faktor. Und zwar ist es die 2000 Kalorien. Oder, die hat 2000 Kalorien, genau. Ja, mit der habe ich heute die Wimpern getuscht. Und die mag ich auch ganz gerne, weil die nämlich dieses Bürstchen hat. Und dass ich schon so den Wimpern anpasse, was ich ganz gerne mag. So, dann die Wimpern kräftig tuschen. So, und wie man es mal wieder erahnen kann, habe ich noch ein paar Falschwimpern aufgetragen. Die ist mal sehr natürliche. Und zwar sind das von Eilue. Die Verpackung sieht so aus. Die Nummer 070. Genau, die sehen so aus. Wie gesagt, einen habe ich schon drauf. Das sind so wirklich sehr, sehr natürliche Wimpern. Sehr, sehr fein. Ich hatte ein bisschen Probleme, die anzubringen, weil die so fein sind. Aber sie sehen halt, wie gesagt, sehr, sehr natürlich aus. So, die falschen Wimpern habe ich jetzt angebracht. Und wie ihr seht, die sehen total natürlich aus. Und ich tusche die dann auch noch später. Ich lasse jetzt den Kleber erstmal ein bisschen trocknen. So, der Wimpernkleber ist jetzt getrocknet. Und jetzt tusche ich auch nochmal über die falschen Wimpern ein bisschen drüber. Und ihr seht, die nehmen die Wimperntusche auch total gut an. Also fast wie echte Wimpern, kann man sagen. Und dann seid ihr schon fertig mit dem Augen-Make-up. So, ihr Süßen, jetzt sind wir fertig mit dem Make-up. Und ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Für das perfekte Herbst-Make-up habe ich mich diesmal für Rebel entschieden von MAC. Das ist diese Farbe. Die hatte ich euch schon mal in meinem Haul-Video gezeigt. So sieht die aus. Und das ist halt wirklich ein sehr, sehr knalliges, dunkles, tiefes Rot. Und da sollte man die Augen wirklich nicht zu kräftig schminken. Deswegen haben wir uns ja heute für was Natürlicheres entschieden. Und falls euch meine Nägel gefallen haben in diesem Video, ich zeige sie euch nochmal in die Kamera, die sehen so aus. Dann schaut doch gerne mal bei meinem ersten Nagel-Video vorbei. Ich verlinke euch das alles in die Infobox unten rein. Ich denke, dass ich das Nagel-Video erst hochladen werde. Aber ich muss mal schauen, wie ich es schaffe zeitlich. Weil ihr hattet ja gefragt, ob ich mal zeige, wie ich meine Nägel so mache. Und ja, das war's von mir. Und genießt den Herbst und die schönen Tage. Und macht's euch gemütlich. Bis ganz bald. Macht's gut. Tschüss.